Ich bin Jennifer, ich mache Karosserie-Lackiererin bei der EMB-Frei am Standort Saferweil. Mir gefällt besonders gut, dass Teile, die kaputt kommen und die Autos, die beschädigt sind, ich sie reparieren kann und sie nachher wieder wie neu rausgehen und mir den Schaden nicht mehr sehen. Ich denke, man muss sicher auch ein gutes Augenmaß haben, in unserem Beruf auch ein Feingefühl, was Schleifen und das Ganze anbelangt und auch gefreut. Bei Emanuele mache ich die Lehre als Karosserie-Lackierer bei der EMB-Frei am Standort Saferweil. Und ich gefällt mir am Lehrberuf. Man hat viel mit den Autos zu tun und wenn man ein Auto sieht, dass der Prozess kaputt ist, bis es wieder schön aussieht. Was man sicher können muss, ist, dass man ein gutes Augenmaß haben muss. Auch ein gutes Feingefühl und eben auch das Interesse an Autos. Super. Nein, ich würde sagen, grosszügig. Super. 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 Untertitelung des ZDF, 2020